Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Und ja, ihr habt richtig gelesen, ich bin tatsächlich nach langer Zeit mal wieder richtig bullisch. Warum? Das werde ich euch natürlich aufschlüsseln im Video. Außerdem, es gibt vermutlich bald einen eigenen Twitter-Coin. Wir gucken uns mal an, was Ledger da schönes rausgehauen hat. Die haben nämlich gestern einen neuen Ledger vorgestellt, den Ledger Stacks. Außerdem gibt es ein paar Neuigkeiten. Wir gucken uns mal an, was da abgeht bei Polygon und Warner Music. Goldman Sachs kreallt sich einige Kryptonunternehmen unter den Nagel. Und wir gucken uns mal an, was bei Ripple abgeht. Ich hatte euch ja schon erzählt, was die SEC so an Argumenten hervorgebracht hat. Und jetzt ist ein bisschen mehr rausgekommen, was Ripple rausgehauen hat. Also, es wird spannend. Bis gleich nach dem Intro. Ja, wir machen es mal kurz. So, kurstechnisch hat sich jetzt nicht die Welt getan bei den Projekten, die ihr hier seht. Aber es gibt einige Gewinner in den letzten Tagen. Und das sind vor allem mal wieder die Altcoins, Axie, Infinity und Trust Wallet Token. Trust Wallet Token, jetzt glaube ich schon die dritte Woche in Folge, ganz oben mit dabei. Ich glaube, langsam macht es doch mal Sinn, sich das Projekt etwas genauer anzuschauen. Nichtsdestotrotz gibt es einige weitere, die ganz gut performen. Aber immer noch überschaubare Kursanstiege. Also, so bullisch ist das Ganze jetzt noch nicht. Trotzdem schön zu sehen, dass es mal wieder einige Tage in Folge gibt, wo Projekte performen und nicht jeder Anstieg direkt wieder abverkauft wird. Wenn du ein bisschen Kleingeld brauchst, um ein bisschen einzukaufen am Kryptomarkt, gibt es heute eine coole Möglichkeit. Unser Partner BingX hat heute Abend ein Quiz, ein Live-Quiz ab 20.15 Uhr. Du musst auch wirklich um 20.15 Uhr dabei sein. Bei denen in der Telegram-Gruppe. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und dann einfach mal abwarten. Dann gibt es Live-Fragen. Du musst einfach nur schnell sein und hast dann die Chance zu gewinnen. Also, viel Erfolg dabei. Ich bin auf jeden Fall heute Abend dabei um 20.15 Uhr und werde mein Glück versuchen. Und drück dir natürlich die Daumen. Der Crypto Fear & Greed Index, genau wie in der letzten Woche bei 29, da tut sich wenig. Und wir gucken uns heute nach einiger Zeit mal wieder die Hashrate an. Und nachdem die das erste Mal nach einem ewig langen Anstieg eingebrochen war, kommt sie jetzt wieder auf Spur. Ich denke mal, das hat was mit der Difficulty zu tun. Alles in allem sehen wir aber, dass die Hashrate wieder leicht am steigen ist. Starten wir jetzt mal direkt in die News rein. Und Twitter hat jetzt scheinbar nicht vor, Dogecoin zu nehmen oder irgendeinen anderen Social Coin. Sondern es scheint fast so, als würden sie ihre ganz eigene Währung raushauen wollen. Und zwar den bisher sogenannten Twitter-Coin. Eigene Kryptowährung von Twitter in Vorbereitung. Data-Miner offenbaren die ersten Hinweise auf eine offizielle Kryptowährung von Twitter. Der Twitter-Coin wäre der nächste Schritt zu einer Bezahlplattform. Twitter könnte in absehbarer Zeit eine eigene Kryptowährung einführen. Im Hintergrund hat offenbar schon die Umsetzung begonnen. Wie Screenshots aus einer internen Version und Informationen aus dem Quellcode zeigen. Als inoffizieller Name hat sich bereits Twitter-Coin durchgesetzt. Auf der kurznachtlichen Plattform trendet der Hashtag. Den Stein haben Wong und OG mit den Screenshots ins Rollen gebracht. Kurios ist, dass Wongs Twitter-Account inzwischen gelöscht ist. Alle weiteren Social-Media-Accounts sind entweder ebenfalls gelöscht oder neuerdings auf Privat gestellt. Also scheint da was Wahres dran zu sein. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr im Thema seid. Ob ihr dazu mehr wisst? Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Twitter sein eigenes Ding raushaut, weil sie dann einfach auch viel mehr Möglichkeit haben, das Ganze in irgendeiner Form zu kontrollieren. Und kann mir daher sehr gut vorstellen, dass es einen Twitter-Coin gibt, der vielleicht gar nichts mit den bisherigen Vermutungen zu tun hat. Ja, es gibt einen neuen Ledger. Den kann man zwar nur vorbestellen. Der wird dann, glaube ich, Ende März ausgeliefert. Aber der hat mich doch gestern schon sehr überrascht. Das Ganze erinnerte mich doch sehr stark an die Apple Keynote. Gab einen richtig schönen Vortrag. Richtig geile Aufmachung. Ich meine, dort verstanden zu haben, dass sie jetzt auch einzelne Stores eröffnen wollen. Und ich glaube, sie beginnen in Europa, werden eigene Stores eröffnen. Also sie haben sich Apple tatsächlich so als Vorbild genommen. Und ich muss zugeben, das Ding ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also erstens hat das eine ganz andere Form. Zweitens kann man das Ding komplett customisen, also personalisieren. Und es ist einfach dafür gedacht, dass man es wirklich im Alltag benutzen kann. Ja, wie so eine richtige Wallet halt. Ja, den Stick rauszuholen, irgendwo anzuschließen und so weiter, ist natürlich immer ein bisschen komplex. Andererseits ist das Ding jetzt aber auch wahrscheinlich nicht viel sicherer als euer bisheriger Ledger. Dennoch für diejenigen, die vielleicht noch keinen haben oder diejenigen, die wirklich im Alltag mit den Kryptowährungen arbeiten, einen großen Speicher brauchen und das Ganze einfach schöner visualisiert haben wollen. Ich glaube, da ist der Ledger Stacks ganz cool. Ich denke mal, ich werde mal einen vorbestellen. Falls du Bock darauf hast, findest du den Link zur Vorbestellung hier unten in der Videobeschreibung. Bin wirklich mal gespannt, wie die Dinger dann real life aussehen. Aber das Video verspricht schon mal einiges. Er hat so ein Curve Display. Also ich glaube, da hat das Entwickler-Team wirklich was Geiles gezaubert. Muss man mal in der Praxis ausprobieren. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Polygon und Warner Music starten virtuelle Musikplattformen. Polygon hat eine weitere große Kollaboration bekannt gegeben. Zusammen mit der Warner Music Group, heftig, und dem E-Commerce und den Legends soll eine neue Web3-Musikplattform entstehen. Die Plattform soll unter dem Namen Legend oder LGMD Music im Januar starten. Mit Legend Music sollen digitale Musiksammlerstücke gehandelt und abgespielt werden können. Geplant ist, dass neben Polygon noch andere Blockchains unterstützt werden. Die NFT-Songs sollen sich dadurch von allen großen Plattformen zu Hause und unterwegs abspielen lassen können. Ich habe direkt mal geschaut. Die News hat jetzt nicht so krass gefruchtet. Kurstechnisch hat sich bei Polygon jetzt nicht ganz so viel getan. Aber glaubt mir, Freunde, ganz generell muss ich sagen, dieses ganze NFT-Thema ist meiner Meinung nach komplett falsch gestartet. Alle haben irgendwie im Kopf, dass es nur um verpixelte Affen geht und irgendwelche kuriosen Sammlerstücke, die am Ende doch nichts wert sind. In Wahrheit hat NFT einen so viel größeren Horizont. Wir können das Ganze benutzen, um Vertrauen zu ersetzen. Man kann damit Echtheitszertifikate ausstellen. Theoretisch könnte man damit einen Notar ersetzen. Man kann damit die Lizenzrechte an Musik und so weiter ganz klar definieren und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, NFTs werden nochmal richtig krass wiederkommen und dann auch mit deutlich mehr Use Cases. Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ja, alle reden davon, dass der Kryptomarkt so ziemlich am Ende ist. Und das ist jetzt übrigens der Grund, warum ich so bullish bin. Erstens, Goldman Sachs will angeschlagene Kryptounternehmen aufkaufen. Matthew McDermott von Goldman Sachs bestätigt, dass die Investmentbank ein Auge auf die wankende Kryptobranche geworfen hat. In diesem Kontext führt er aus, dass seine Investmentbank aufgrund der aktuellen Situation deutlich realistischere Preise für Kryptounternehmen sieht, weshalb Goldman bereits die Übernahmen einiger Firmen prüft. Hm, wenn doch alles so brüchig ist und so schlecht und so scammy und fishy, warum nimmt sich Goldman Sachs die Zeit und will jetzt in den Kryptomarkt investieren? Außerdem, unser Wolf of Wall Street warnt vor Krypto. Nach dem FTX-Skandal äußert sich Jordan Belfort seine Bedenken gegenüber Kryptowährungen. Nur Bitcoin und Ethereum seien akzeptabel. Das sagt der gleiche Mann, der hier in diesem Video, The Wolf of Wall Street says, Bitcoin is a scam and he should know. Also wenn einer weiß, dass es ein Scam ist, dann er, der größte Scammer überhaupt. Und er sagt hier in diesem Video nochmal, ja, Bitcoin ist auf jeden Fall schlecht und die Leute, die müssen es einfach begreifen. Ich weiß natürlich, dass Bitcoin ein Scam ist und der gleiche Typ erzählt euch jetzt hier, dass Bitcoin ein sicherer Hafen ist. Da gehen bei mir direkt die bullischen Glocken an, genauso wie bei Jim Cramer. Jim Cramer generell sehr, sehr häufig zitiert und viele Leute reden von ihm, er wäre ein Guru, er hätte viele Ahnungen. Aber andere benutzen ihn noch als Konträrindikator, denn alles, was Jim Cramer sagt, das Gegenteil trifft ein. Und ich kann das auch nachvollziehen. So sagt er jetzt zuletzt, Cardano, XRP und Dogecoin werden höchstwahrscheinlich auf Null gehen, also auf Null crashen. Und wenn man sich Jim Cramers Vergangenheit ansieht, er hat eine Goldman Sachs-Vergangenheit und war Hedgefonds-Manager, ja. Und seiner eigenen Aussage nach war er scheinbar der erfolgreichste Hedgefonds-Manager der ganzen Welt. Denn er hat irgendwie angeblich, was habe ich hier gelesen, von 1988 bis 2000 nur ein Jahr mit negativen Renditen gehabt. Das war das Jahr 1998, als der S&P 500 um 29% stieg. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, warum der Typ scheinbar immer den Markt schlägt, weil er immer genau das sagt, was gerade die Wahrheit ist. Oder meint ihr, ein Teil der Arbeit der Hedgefonds-Manager besteht darin, die Leute auf die falsche Fährte zu locken? Und dementsprechend ist Jim Cramer für mich eher so ein Konträrindikator. Das heißt, wenn er sagt, die Sonne scheint, weiß ich, es ist dunkel. Und so auch hier, wenn er jetzt plötzlich sagt, dass diese Altcoins auf Null gehen, dürfen wir uns anschnallen, was in Zukunft noch damit passiert. Gleiches auch mit meinem Liebling Michael Saylor. Der liebe Michael, der ja vor einiger Zeit zurückgetreten ist als CEO bei MicroStrategy, hat natürlich unglaubliches Interesse daran, dass Bitcoin wieder Fahrt aufnimmt. Hier seht ihr es nochmal, er hat irgendwie da für 205 Millionen Dollar nochmal nachgeschossen. Und ganz generell hat er hier nochmal über 130.000 Bitcoins und hat pro Coin 30.000 Dollar bezahlt. Und zieht euch das mal rein. Dieser Michael Saylor, der ja scheinbar genau weiß, was Recht und Unrecht ist und was die richtigen Entscheidungen im Leben sind, hat den Leuten damals gesagt, verkauft Haus und Hof. Er forderte alle auf, bei 51.000 Dollar Bitcoin zu kaufen. Und dieser gleiche Mensch erzählt uns jetzt, dass das alles Betrügereien seien und im Prinzip Bitcoin die einzig wahrhaftige Lösung für alles ist. Also auch da gehen wieder für mich die bullischen Glocken an. Wenn die Altcoins so gehatet werden von großen Persönlichkeiten, bereite ich mich darauf vor, dass der Shift bald losgeht und wir hoffentlich vielleicht in der 17.000 Dollar Region den Boden gesehen haben. Was dazu noch ganz gut passt, das sollte man jetzt vielleicht nicht zu ernst nehmen, aber fand ich durchaus interessant. Und wir behalten das mit dem Auge, Freunde, hier von 22 Savage, 22 The Packers. Also es gab ein Sportevent, bei dem die Packers gegen die Bears gewonnen haben und die Packers stehen jetzt hier für Pack Your Bags. Denn direkt nach dem Sieg der Packers gab es noch eine kleine Akkumulationsphase und seitdem hat Bitcoin diesen Wert nicht mehr unterschritten. Also haben die Packers vielleicht wirklich den Bären besiegt und jetzt zieht Bitcoin wieder Stück für Stück an. Wir werden mal schauen, er dürfte dann auf jeden Fall nicht mehr unter die 16.900er Marke so um den Dreh gehen. Wäre auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte und ich behalte das mal für euch im Auge. Ja, kommen wir zu guter Letzt nochmal zum Ripple Update und wir gehen jetzt mal auf die Punkte ein, die Ripple rausgehauen hat. Denn der Hauptpunkt, den Ripple raus hat, ist folgender. Ripple Labs ist der Überzeugung, dass die US-Börsenaufsicht nicht in der Lage ist zu beweisen, dass es sich bei XRP-Token-Sale des Unternehmens vor neun Jahren um einen Investitionsvertrag im Sinne des rund 100 Jahre alten Howey-Tests handelt. Deshalb haben die Anwälte von Ripple das Gericht gebeten, einem Urteil auf Eilverfahren stattzugeben. Denn beide Parteien reichten, wie wir schon besprochen hatten, letzte Woche ja diese letzten Dokumente ein. Und jetzt besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die Richterin einer der Parteien jetzt das Recht einräumt und quasi den Gerichtsprozess beendet. Ripple sagt aber ganz klar, die SEC kann gar nichts beweisen, haben keine Belege für den Howey-Test. Und die Anwälte sagen, dass die SEC nicht nachweisen könnte, dass es sich weder bei dem ICO von XRP im Jahr 2013 noch bei den einzelnen Transaktionen in den Jahren zwischen 2013 bis 2020 um einen Anlagevertrag gemäß dem Bundeswertpapiergesetz in den USA handele. Mit dem Howey-Test möchte die SEC Anleger vor Investments in Sachen schützen, von denen sie kaum etwas verstehen oder keinen Einfluss auf das Management haben. Die SEC hat es versäunt, Belege für einen erfolgreichen Howey-Test vorzulegen. Hinsichtlich der ersten Frage im Howey-Test der Geldanlage räumt die SEC ein, dass die Milliarden von XRP-Tokens, die von Ripple Labs ausgegeben wurden, keine Geldanlagen darstellen. Selbst für Transaktionen, die einen Austausch von Geld beinhalten, hat die SEC nicht nachgewiesen, dass die Käufer dieses Geld in ein gemeinsames Unternehmen investiert haben und nicht einfach einen digitalen Vermögenswert gekauft haben. Auch darüber haben wir schon in der letzten Ausgabe ausgiebig gesprochen. Auch hat die SEC laut Ripple die Frage, ob die Transaktion die Erwartung eines Gewinns aus der Arbeit anderer impliziert beim Kauf XRP nicht nachgewiesen und so weiter und so fort. Also das Hauptding ist hier einfach, dass die SEC alles unterstellt, behauptet, aber nichts beweisen kann und somit eben nie das, was sie sagen, nämlich dass irgendwelche Versprechungen gemacht wurden, in irgendeiner Form nachweisen können. Nirgendwo taucht da ein Versprechen in den Tatsachenbehauptungen der SEC auf. Und so kann ich mir vorstellen, wird es doch ganz schön schwierig für die SEC, den Fall bei der Richterin so einfach durchzuboxen. Außerdem gibt es ja auch noch einige weitere Dinge, auf die wir warten. Ripple argumentiert in seinem Antrag, dass sie nichts beweisen kann, das hatten wir schon gerade. Und es gibt insgesamt jetzt drei Dinge, die laut James Fillon, einem der Twitter-Anwälte, die sich komplett um das Thema Ripple gegen die SEC kümmern. Dazu gehören auch die Anträge auf ein Urteil im Schnellverfahren, die Anfechtung von Sachverständigen und die Klärung der Fragen um die Sachverständigenberichte der Hinman-Dokumente und anderen Materialien, auf die sich die SEC und Ripple in ihren Anträgen berufen. Die Hinman-Dokumente sind ein Transkript der Rede von William Hinman auf der Yahoo Finance All Market Summit 2018, in dem er meinte, Ethereum oder ETA wäre kein Wertpapier. Fillon glaubt, Richterin Torres werde die drei großen Fragen nicht separat behandeln, sondern über alles zusammen entscheiden, nachdem sie über die Anträge auf ein Urteil im Schnellverfahren entschieden hat. Also, wir dürfen davon ausgehen, wenn die Richterin jetzt keiner der beiden Parteien irgendwie Recht zuspricht und damit eben dieses summarische Urteil stattfindet, dann müssen wir uns leider noch ein bisschen zurücklehnen. Die anderen Punkte, die dann noch in den Raum geworfen werden, unter anderem auch die Hinman-Rede, würde dann eben dazu führen, dass sie sich noch ein bisschen Zeit nehmen muss, um das alles zu prüfen, alles gemeinsam, was sie hat und dann eben ein Urteil zu fällen. Das kann aber spätestens bis 31. März auf sich warten lassen. Viele Leute sind da draußen aktuell sehr skeptisch, sehr bearish und sagen, XRP geht auf Null, haben wir ja zum Beispiel auch bei Jim Cramer gesehen. Und ich finde es immer wieder überraschend, wie plötzlich nicht nur Jim Cramer, der ja zumindest ein bisschen juristischen Background hat, er ist nämlich selbst ausgebildeter Anwalt, aber auch viele Influencer oder Leute im Netz einfach der Meinung sind, zu wissen, wie eine Richterin zu entscheiden hat, finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich maße mir auf jeden Fall nicht an heute schon zu wissen, was passiert. Ich kann euch nur sagen, ich wünsche mir von Herzen, dass es so kommt, wie wir es uns alle wünschen und ich bin ziemlich zuversichtlich. Ich bin der Meinung, dass wir entweder noch ein Settlement erleben, dann aber in diesem Jahr noch oder es geht wirklich bis ins große Finale und da sehe ich die Chancen so ganz persönlich, ja emotional gesagt so etwa bei 70 zu 30, wo ich mich für Ripple aussprechen würde, weil ich der Meinung bin, dass es doch schon sehr, sehr viele Punkte gibt, die die 100 Millionen Dollar Anwälte von Ripple rausgehauen haben. Und wie gesagt, die SEC erzählt viel, hat aber sehr wenig Beweise, was es für mich als Außenstehenden doch einigermaßen positiv gestaltet für Ripple. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass diese ellenlange Geschichte dieses Jahr noch ein Ende findet oder erst im nächsten Jahr? Außerdem können wir gerne morgen darüber philosophieren, denn morgen haben wir mal wieder einen Full Moon Hangout. Ich lade euch alle herzlich ein, pünktlich zum Vollmond, zum Livestream. Dort werden wir uns einige Themen anschauen, vielleicht ein paar News, aber vor allem eben eure Fragen, die ich beantworten werde, eure Themen, die ich mir anschauen werde. Wir können auf Videos reagieren, wir können irgendwelche Sachen mal durchlesen, wo ihr Bock drauf habt oder eure Projekte unter die Lupe nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Also, morgen ab 19 Uhr geht's los und für alle, die heute Abend um 20.15 Uhr Zeit finden, kommt doch sehr gerne in die BingX Telegram-Gruppe und sichert euch ein paar Dollar. Würde mich auf jeden Fall für euch freuen. Ich bin raus für heute, wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen und bis bald. Ciao! Ciao! Ciao!